Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 9.9.2020 und es ist 6.45 Uhr. Ich bin seit einer knappen Stunde wach, vielleicht ein bisschen weniger, und werde heute mal seit langer Zeit wieder ins Büro gehen. Wenn man so überlegt, es sind jetzt schon sechs Monate, die wir uns im Homeoffice befinden. Hier und da ist man mal im Büro, vielleicht im Monat einmal, wenn überhaupt. Und heute ist einer dieser Tage, wir sollen jetzt so langsam wieder zu einer, naja, Normalität kann man es nicht nennen, aber zumindest uns daran gewöhnen, dass wir einmal die Woche im Büro sein werden. Und das tue ich auch. Ich bin, wie gesagt, heute da, gehe auch gleich los. Ich denke mal so 7.15 Uhr, 7.30 Uhr bin ich spätestens dann im Büro. Und dort werde ich dann heute den Tag über verweilen. Denn ich werde heute Michael treffen, der müsste auch da sein, Mittagspause zusammen machen. Ich werde ein paar Kollegen treffen, auch aus dem eigenen Team. Ja, und dann mal gucken, was heute so alles ansteht. Ich werde endlich wieder an zwei Monitoren arbeiten. Zuhause ist halt so, ich habe zwar hier zwei Monitore, aber der Laptop, da geht der HDMI sozusagen nur einen Eingang raus, rein, wie auch immer. Man könnte vielleicht auch zwei Monitore anschließen, aber es funktioniert ja auch, so ist es nicht. Aber jetzt auf Arbeit, heute hoffe ich, dass da eine Dockingstation liegt, dass ich meinen Laptop sozusagen direkt anstöpseln kann und loslegen kann. Ja, ansonsten habe ich gestern Darkest Dungeon wieder mit euch gespielt. Der 20. Stream war das, das heißt ungefähr 60 Stunden, um die 60 Stunden onstream gespielt. Und im Anschluss daran habe ich noch von 19.30 bis fast 22 Uhr, glaube ich, also zweieinhalb Stunden, noch mit dem Wormel von WormelTV Fall Guys gespielt. Wir haben jede Menge lustige Runden gehabt und ich habe sogar mal einen Sieg eingefahren. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das in dem Spiel mal schaffe. Aber ich hatte Glück, mehr Glück als Verstand oder mehr Glück als Skill und es ist tatsächlich so gekommen, dass ich gestern bei der Bergspitze, heißt es glaube ich in Deutsch, die Krone bekommen habe. Ich habe mich riesig gefreut. Ihr könnt ja mal auf dem Discord vorbeischauen bei uns, da im Clips-Bereich könnt ihr euch den Clip anschauen und anhören. Ja, also das war echt sehr überraschend. Ansonsten gibt es heute aller Verhaussicht nach um 18 Uhr dann einen Stream, nicht um 16 Uhr, weil um 16 Uhr werde ich sehr wahrscheinlich noch im Büro sein oder mich auf dem Weg nach Hause befinden. Also ein bisschen später heute alles und ich wünsche euch jetzt eine angenehme Wochenmitte. Kommt gut durch den Tag. Guten Morgen und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, heute Abend bei wunderschönem Elite Dangerous. Und ansonsten morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog, sehr wahrscheinlich etwas später als heute. Also, bis dann. Einen schönen Tag noch. Tschüss.